hallo zusammen ja zum nächsten mod vorstellen und zwar einen steier cft 4100 version 1.0 der mod hätte eine größe von 9,9 mb da kam wohl einiges dazu immer der beschreibung glauben darf gucken uns einfach mal an was denn hier so alles mögliche standard gemäß 145 ps 50 kmh felgenfarbe ist dementsprechend änderbar wie ihr das wollt also auch in blau und gelb das bleibt euch überlassen wir machen jetzt einfach mal so in dem schwarz hier dann haben wir reifenhersteller unter anderem michelin trelleburg mitas nokian michelin michelin würde als standard gehen breitreifen standard mehr geht hier nicht trelleburg wenn mit standard radgewichte breitreifen breitreifen mit gewichte pflege bereifung zwölf bereif von hinten zwölf bereifung beide hinten und vorne standard dann haben wir die mitas die mitas kommt breitreifen und standard daher und sonst nichts und dann haben wir nokian ganz normal mit nokian kommunal reifen mehr geht hier auch nicht nehmen wir uns einfach mal amazon 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 apple amazone amazon terminal zu haben auch je nachdem was ihr wollt wir nehmen es einfach mal amazon amazone display dazu so sieht wie gesagt der motto ist wieder was ganz feines ich hoffe er hat keine fehler ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr lassen uns das einfach überraschen 145 ps hat das gute stück geht hoch 175 und das war es dann auch schon ihr selbst genau gut dann haben wir hier noch frontlader anbau ja oder nein wir machen ihn jetzt einfach mal hin und mehr geht hier nicht so wir kaufen das gute stück so da steht er auch schon auch wieder brachiale reifen hier finde ich display sieht gut aus oben komplett ist zömmel mit irgendwas drin das gucken wir uns gleich mal genauer an sie wie gesagt so aus vorne von der seite genau so hüpfen wir mal in das gute stückchen rein so war kann irgendwie nicht einzusteigen ging gar nicht komischerweise was weiß ich warum so motor hupe meine ich okay hört sich dann so mehr geht hier drin auch nicht dann gucken wir mal so dass ich an er hat wohl auch tagfahrlich bis aussieht das gucken wir uns gleich im dunkel noch an kennzeichen hat er dran so genau das geht schon mal er nimmt sachen er nimmt den schaden denn ähm knüppel auch in die hand wie es aussieht den schalthebel so das scheint auch zu funktionieren jetzt schauen wir uns mal kurz noch mal ob ich irgendwas vergessen habe ich glaube das war aber alles genau so genau so gut das funktioniert also die lampe tut auch hinten das funktioniert die zwei meine ich das funktioniert auch soweit gut gut das display auf der seite funktioniert auch lenkung ist ein bisschen ja langsam gehe ich langsam mal 53 packt er sagt die füße funktionieren auch die frage wird es sein ist es der original sound oder ist das ein anderer sound ich glaube nämlich nicht dass das ist der original sound wir gucken gerade mal rein ja das ist der original sound okay gucken wir mal wie die lampen aussehen so ob er wirklich tagfahrlicht hat er sieht nämlich schon so aus dass er das hat wir werden es jetzt gleich wissen zack ja tatsächlich ein licht vorne aber ich sehe jetzt vorne dass es nicht irgendwo hin strahlt oder ne es leuchtet halt ok fangen wir einmal licht an sieht dann so aus zweimal licht sieht dann so aus dreimal licht sieht dann so aus sieht dann so aus sieht man die schüler aus innen drin machen wir alles aus dann ist hier auch alles unbeleuchtet dann ist hier das display an das funktioniert das display wie gesagt machen wir das licht an dann ist hier alles heil beleuchtet auch das hier unten schön ähm ja ok schön ähm hubei probiert ja hubei probiert dann haben wir noch die ähm blinker der funktioniert der funktioniert der auf der seite tut auch und wand blinkern funktionieren auch schön gut Kennzeichen hinten dran ja ich gehe davon aus dass wirklich ein Tagfahrlicht hat man sieht es bloß nicht richtig also man sieht schon aber es leuchtet bloß so und machen wir wieder alles aus so so sieht er aus sehr schön gucken wir mal noch in die log datei rein wie es da drin aussieht ok da schmeißt du einfach mal einen error raus den komponenten error was auch immer das sein soll hier gucken wir mal ob er das überhaupt ist nicht dass ich jetzt das falsche hier sag doch das ist dann schon der TM700 ja der steier der schmeißt hier tatsächlich einen error raus und der wiederholt sich auch laufend wir setzen das selber genau ok alles klar wie gesagt schon wieder ein schöner mod und da würde ich sagen bis zum nächsten mal hier Link wieder in der beschreibung für die gefallen hat können wir ein Däumchen und ein Abo da lassen hilft mir weiter auf jeden Fall und dann sehen wir uns in der nächsten mod vorstellung bis denne ciao ciao